Mein neues Buch ist da, Der Marathonpater. Zwei Jahre habe ich an dieses Buch geschrieben, aber nicht alleine. Jutta Hayek, eine bekannte Autorin, sie habe ich kennengelernt über den Verlag Bene. Und wir haben gemeinsam dieses Buch, Der Marathonpater, verfasst. Nun liegt es uns vor. Und am Freitag, den 19. März, könnt ihr dieses Buch in der Buchhandlung erwerben oder bei mir selbst. Ihr könnt mir gerne schreiben oder auch über Facebook mitteilen, ob ihr dieses Buch haben möchtet. Mit einer Widmung? Gerne. Viel Freude bei diesem Buch. Es geht um meine Lebensgeschichte, es geht um Seelsorge, Nächstenliebe, Coaching, Ernährung und natürlich übers Laufen. 172 Kilometer durch die Omanwüste. Was ich dort erlebt habe und erfahren habe, lest es nach. Viel Freude mit dem Buch, Der Marathonpater.